Sie haben wieder Hunger, ne Maus, die kleinen Mäuse. Guck mal, da sind nur 4. 1, 2, 3, 4. Wo ist denn die Nummer 5? Da oben bei Mama am Hals hat sich rosa versteckt. Guck mal, kaum zu sehen. Wollen wir hoffen, dass die Zitzen halten, nicht? Wo willst du hin? Da ist nichts. Der ist frech. Der ist richtig frech. Guck dir das mal an. Sollte. 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 Ich glaube, warum seid ihr Teil gehabt, die will jetzt erst mal schlafen, nicht, Alter? Ja, ist der Schnuller weg.